hi freunde und herzlich willkommen hier war ggaming flo wieder am start heute gibt es keine weitere squad building challenge es ist donnerstag es ist rewards day und wie jede woche donnerstag wollen wir uns um eine foot champions und um eine division rival rewards kümmern ihr könnt auch schon sehen einmal die foot zentrale wir haben zwei sets in der foot zentrale und im shop sind auch schon acht set am start das heißt haben heute zehn bonus sets die mit am start sind insofern gibt es heute ein großes großes pack opening ja und heute an diesem donnerstag gibt es auch zwei andere videos dann später und zwar im verlaufe des abends und zwar kümmern wir uns dann einmal um foot tag 7 oder foot mist tag 7 besser gesagt und dann auch später um die top partien auch die jede woche donnerstag hier auf dem kanal ja und falls ihr generell keinen tag mehr an spcs verpassen wollt freitag geht es weiter samstag sonntag täglicher spc content ist hier am start wo die neue seite anders gerne auf kostenfreie basis ein abo da ja road to 35 sogar 40.000 abonnenten steht an euer support momentan mega fettes dankeschön geht raus an euch zerstört like button 300 likes gebe ich heute wieder aus ich weiß dass wir es schaffen können insofern zeigt support lassen leichter die ganz ganz schnell und damit würde ich sagen starten wir rein heute an diesem donnerstag am rewards day und hoffen natürlich auf pecklack insofern hashtag pecklack schon mal in die kommentare und dem sind würde ich sagen legen wir auch schon direkt aber wirklich direkt los ich würde sagen wir gehen direkt rein in den shop bevor wenn die futsch champions und in die division rival rewards reingehen wir haben ein paar schlechte sets aber wir haben auch ein paar gute sets fangen wir einfach mit den gold packs hier an die zwei stück und wir haben ein paar gegenstände die müssen wir auf die transferliste packen die vier elab de lauis die packen natürlich auf die transferliste und dann geht es jetzt aber wirklich rein mit dem gold pack nummer eins und die gold packs da hoffen wir natürlich in erster linie auf geile chemistry styles hunter shadows und so weiter und so fort und hier haben wir auf jeden fall schon mal keine wand auch kein workout aber alle spieler die uns zum beispiel heute abend weiterhelfen können ja bei den topper team und so weiter und so fort trikots etc pp stoßen wir ab ja und wie gesagt ich hoffe das ganze gefällt euch wieder diese woche übrigens elf siege nur geholt ich hatte wirklich kaum zeit letztes wochenende aber auch nicht wirklich bock weekend league zu zocken und ihr wisst bescheid wenn das der fall ist dann zockt man mindestens auf elf siege oder halt manchmal auf 14 je nachdem hier sind ein paar gute spieler drin sogar ein hawk das ist kein schlechtes 5k set ja und insofern ja 17 sieg hat man auch schon am start wir hatten fast schon 20 siege am start also wie gesagt dieses fifa auf jeden fall ich habe letztes fifa immer so elite oder ja 20 siege holt oder 23 siege halt aber dieses fifa freunde ich weiß nicht wie bei euch ist aber ich denke mir einfach so am wochenende da kann man die zeit auch anders und besser verbringen und deshalb habe ich jetzt mindestens für euch habe ich dann halt wie gesagt bis elf siege gezockt und wie gesagt ich hoffe einfach das ganze gefällt euch wieder jetzt das jumbo premium gold pack kommt schon hashtag pecklein die freunde komme freunde das muss was geiles werden heute ich habe ewig hier auf dem account auf dem hauptaccount keine walkouts mehr gezogen keine heftigen walkouts und da würde ich mich auf jeden fall freuen kayo jetzt auf jeden fall als brasilianer ucl spieler hier am start wenn wir heute mal wieder was geiles ziehen können ms stürmer nicht wirklich was wert aber ich will ja auch nicht auch zu wirklich lange aufhalten denn wir gehen direkt rein ins nächste set und zwar ins gold spieler pack ein seltener zwölf gold spieler drin come on let's go lasst den seltenen auf jeden fall ein wand oder walkout sein wir träumen weiter freunde wir träumen weiter gleich kommen ja noch bessere sets da auf jeden fall keine sorge wir haben oh ja das ist auf jeden fall nice schön viele spieler in den verein rein so gefällt mir das ähm wir haben übrigens ja in division 5 rang 2 noch geholt also die gibt es heute auch die rewards davon jetzt haben wir ein mega pack ein elektrum spieler pack und wir haben das prime spieler pack aus der ligand von ja von den wochenaufgaben mehr oder weniger hier noch mehr drin mit den sets wo ein seltener drin ist da muss ich glück haben seltener sogar hier ein silberspieler aber ein paar gute silberspieler am start nicht schlecht auf jeden fall wir packen alles in den verein die transferliste wird wieder gut voll und ja das macht das macht auf jeden fall bock hier am rewards day dass wir den verein wieder füllen einige spieler die reinkommen in den verein jetzt kommt das erste mega set hier in diesem video gönnt ihr oder gönnt ihr nicht das ist hier die große frage jawohl das sieht gut aus wand oder walkout es wird leider nur eine wand und es wird franzose und den rest werden wir weiß nicht was wird's aller es wird anandes wow ist der noch was wert als 84er ja gute 8 9000 münzen nehmen wir natürlich sehr sehr gerne mit auch ein paar gute nonware spiele am start msz om 5k auf unsere nacken bieten wir direkt an perfekt und ja den rest stoßen wir wieder ab und paar 82er die wir auf die transferliste mitnehmen sehr nice ja und damit das war auf jeden fall ein erfolgreiches mega set ins prime spieler pack liegt auch sechs seltener das ist jetzt hier antragende wie gesagt von den wochenaufgaben saisonaufgaben wie man es auch immer nennen möchte und hier soll natürlich jetzt nehmen oder cs7 drin sein band oder walkout ist am start ist in inform schon mal es ist in inform es wird ein argentinia es wird ein zm paris paredes 83er oder nice freunde paredes 83er inform team of the week ja und wir werden heute wahrscheinlich auch ein paar spcs abschließen das werde ich dann auf cam machen rausschneiden aber das heißt es gibt heute auch wahrscheinlich noch mehr packs vielleicht sogar spc packs je nachdem wenn wir zu viele 83er duplikate ziehen die antragende sind aber paredes ja nice pc spieler vier sterne vier sterne mittel mittel keine schlechte erste inform karte von ihm gucken was er wert ist ja das gerade habe ich mir schon fast gedacht aber gay noch mal ein weiterer pc spieler der mit am start ist und rüli palwa und wir haben den a die wir hier dann noch mal tauschen können insofern würde ich sagen kein schlechter start freunde oder was sagt ihr schreibt mir gerne eure meinung in die kommentare und ihr könnt natürlich gerne in die kommentare schreiben ob ihr packlack hattet oder nicht was habt ihr gezogen was gutes was schlechtes schreibt mir sehr sehr gerne in die kommentare und hier haben wir schon mal auf jeden fall ms z m verkauft perfekt das schon mal guter start und damit würde ich sagen gehen wir rein in die division rival rewards foot champions fangen wir damit mal an foot champions rewards die heute anstehen und einfach nice einfach nice die elf siege zumindest mitgenommen und wir haben 20.000 münzen mega pecken job im gold spieler pack und wie gesagt den player den player pick bevor wir eingehen in player pick gucken uns kurz das team of the week noch mal kurz an mit euch gemeinsam oder zeige euch wie ich ungefähr haben möchte also erstmal all die rating haben zum beispiel natürlich in die kommt nämlich natürlich sehr gerne mit auch hier in hern anders guter links verteidiger ich habe schon guten mit alex telles die bräune müssen reden wäre nice auch koutinho würde ich mitnehmen salar sancho wäre nice der rest wäre komplett rating und ja ihr seht auf der bank und auf der reserve haben wir überhaupt gar keine geilen spieler insofern gucken wir mal was was bei rauben kommt ich würde sagen wir gehen rein in den player pick und holen uns dann noch die zwei sets aus den object objectives ab kommt 3 2 1 und abfahrt wird es was geiles oder nicht gosling wird es als 81er ja den rest der rest interessiert uns gar nicht wir nehmen gosling mit egal was passiert müssen uns kurz mal angucken ja average karte zagt einfach rein in den verein wer von der spc benutzen player pick auf jeden fall schon mal nicht so drauf ich glaube jetzt hier sind zwei gold sets wieder am start ich bin mir nicht ganz genau sicher wir haben hier futmes beginnt wo wir ein zwei spieler pack bekommen okay die sind ja hin und wieder mal op und wir haben einen meilenstein abgeschlossen squad battles 50 da gibt es ein gutes pack und zwar ein premium gold spieler pack okay das nehmen wir natürlich gerne mit sehr gerne mit sehr gerne mit und dann haben wir auf jeden fall vier weitere sets bevor wir in division rivals reingehen also ihr seht schon einige packs die heute anstehen das ist auf jeden fall sehr sehr nice machen wir das zwei spieler pack auf es gibt ja momentan die torti nomine karten noch in sets zur verfügung und wie gesagt das team of the week kein seltener kein seltener am start hier beziehungsweise keine wand oder auch kein walkout seltener schon zackarier und ronda und zwei spieler die wir noch nicht im verein hatten wieder ein mega pack gleich am start machen wir das jumbo premium gold spieler pack mal auf wieder sieben seltene drinne warum lädt das so lange freunde was da los da passiert was es wird schwarz wie so laut lädt das so ewig freunde was ist hier los ja ja moin guckt euch mal die oh ja warte oh oh mein gott nein 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 linksverteidiger auch freunde ich habe kurzen schock ins lebens gehabt ich dachte mir wieso lädt das so ewig weil messi drin ist oder was tag ja fico ich habe es eben auch gesagt torti nominierten sind in sets drin und da war auf jeden fall die bestätigung den ersten torti nominierte karte aus einem random pack was ewig geladen hat ja ich habe wahrscheinlich einiges rausgeschnitten hier gefühlte fünf minuten gewartet bis der black screen komplett aufgehältet ist aber die sie ist es lädt immer noch was ist denn hier los gerade in fifa tag ja fico ist am start ja ja westergaard wo wir f11 doppelte freunde 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 oh die sind ja tradable nice die sind tradable das gefällt mir schon sehr sehr gut wir packen alles hoch auf die transferliste ich dachte ich muss jetzt hier sitzen und alles tauschen premium gold spieler pack nächstes set dauert das auch wieder so lange bis sich das öffnet ich wollte schon sagen das hätte ich fifa neu gestartet da sieht es doch wieder ordentlich aus leider keine wand auch kein workout nächstes nächstes set nehmen wir direkt einfach mit freunde dazu ewig geladen ich dachte schon so ja moin was ist denn hier los was ist denn hier los dachte ich mir ähm und dann kommt da echt so ein walkout bei raus und ich denke mir so oh yes das wäre es natürlich jetzt das wäre heftig gewesen das wäre sehr mehr als heftig gewesen so was haben wir am start letztes make-up set aus den division war nicht aus den rival so wort sondern aus den champions rewards division rival rewards kommen gleich noch und dann nehmen wir vielleicht tradable oder an schwelle will ich gerade immerhin thematisch passt wir ziehen von der weg ein 80er kein schlechtes rating der seltener nämlich sehr sehr gerne mit wenn wir die chapels nicht ansteht im februar wird er bestimmt gebraucht z mz um liegen paar die sich verkaufen paar stadien trikots stoßen wir wieder ab rachika und nasi und das wappen nichts das können wir abstoßen 230 münzen nehmen wir mit das war jetzt nicht so ein geiles mega set wenn wir ehrlich sind aber die nächsten set stehen an division rivals freunde 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 44.000 münzen nein wir nehmen glaube ich untradable sets mit und da gibt es keine zwei optionen es gibt nur die untradable option ja rang 2 und zwei mega packs und zwei seltene spieler packs es werden räumchen food champions wo muss da erstmal qualifizieren ich würde sagen ja das machen auf jeden fall gehen rein und einfach hier auf die qualifikation zugang jetzt einlösen perfekt und dann gibt es wie gesagt nächste woche donnerstag weitere rewards wie jede woche donnerstag jetzt hier zwei mega packs und zwei seltene spieler packs kommt schaut freunde guter abschluss des videos die fast geht das ist die frage seltene spieler pack nummero 1 und danach machen wir mega pack auf dann wieder seltene spieler pack ja das sieht schon gut aus wand oder walkout schiele argis 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 noch nicht mal wie dall oder irgendwie sowas freunde nee die denkt sich wir geben uns nach angies gaston gibt besseres was war das für seltene spieler pack unfassbar mega packs gönnen die immerhin mal wieder heute kommen schon zwei haben wir schon aufgemacht und das lädt wieder so ewig freunde es lädt wieder so ewig jetzt ist natürlich die frage ob da ein wand oder walkout wieder drin ist totti nomini karte oder wieso lädt es so ewig freunde wir sehen uns gleich wieder wenn sich das pack mal öffnet ja da wird was schwarz kaum schon ja es sieht gut aus wand oder walkout mal wieder am start es wird wieder ein walkout es wird ucl-spieler normal ucl aber diesmal handanovic 85 ach ne die sind ja nicht mal plus 1 84 gelicic aber schon wieder walkout und es hat ewig geladen sag mal da muss ja was dran sein was denn da los ich glaube es ist jetzt bei je oh gosling noch am start ja freunde wir haben mich jetzt noch als normal in form das ist doch das ist ja gar nicht mehr so schlecht nehme ich sehr sehr gerne mit so das stoßen wir alles ab ja also freunde wenn jetzt hier bei jedem walkout das so ewig lädt äh ja da weiß ich nicht was ich dazu sagen soll also komm nächstes mega set lädst du wieder so lange ne diesmal geht es direkt auf heißt es da ist nichts drin oder ist da was drin sieht nicht gut aus das sieht nicht gut aus keine wand kein walkout also da scheint auf jeden fall irgendwas hinter zu sein äh wenn das so ewig lädt äh sehr sehr komisch rüsselion arquet drin paar tipp für das karten nehmen wir mal gerne mit wappen und so weiter stoße ich gerne ab ihr kennt mich und äh hier haben wir anscheinend nicht mehr viel tradable äh so wie es aussieht was für mich heißt theoretisch wieder wenn ich hier nicht vieles verkaufe und benutze dass ich auf jeden fall nächste woche wieder tradable rewards mitnehme das steht auf jeden fall fest ähm ihr seht es was hier alles untradable ist und der rest kommt in den verein einiges jetzt hier abgestoßen für null münzen aber seltenes spieler pack zum abschluss komm schon freunde komm schon freunde let's go ja das sieht gut aus wand oder walkout ist wieder am start es wird leider nur wieder eine wand was sind das für schlechte seltene spieler packs sparen ist immer schlecht stürmer costa morata morata 83 was waren das für schlechte seltene spieler packs oder freunde wow einfach nur wow an tunis verfangen ja und das beste war tatsächlich die team auch du hink spieler ähm ein paar 83er die walkouts die wir hatten totti nomine ähm und wie jetzt eben äh den ilicic ja und damit haben wir die transferliste ja voll 89 objekte sind drauf ja und damit soll es das gewesen sein mit den heutigen division rivals und foot champions rewards am rewards day ich hoffe wir sehen uns auf jeden Fall nachher wieder an tag 7 der footmiss promo und dann noch äh den äh späteren upload bei den top partien also heute drei videos am start vollgepackter tag in dem Sinne würde ich sagen haut da rein wenn ihr neu seid lasst auf jeden Fall auf kostenfreier Basis ein Abo da gerne die Glocke aktivieren ein Like da lassen und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder euer Flo von Archie Gaming ciao Leute und dann sehen wir uns auf jeden Fall expansive